Die Echtheit ist der Grad der Übereinstimmung zwischen einer Tatsache und deren Darstellung. Die Darstellung ist umso echter, je genauer sie die Tatsache widerspiegelt. Bei Gegenständen bezeichnet die Echtheit die Übereinstimmung zwischen Original und Kopie. Daraus bestimmt sich auch der Nutzen als geschichtlicher oder rechtlicher Beweis. In der Philosophie entspricht diesem Konzept die Wahrheit. Zertifizierte Echtheit Die Echtheit einer Sache wird häufig von Gutachtern festgestellt und zertifiziert. Oft wird eine Urkunde mit Unterschrift oder durch Aufdrücken oder Anhängen eines Siegels beigefügt, in der die Echtheit bestätigt wird. Häufig geschieht dies auch unter Zuziehung angesehener, glaubwürdiger Personen als Zeugen. Recht und Geschichtswissenschaft Im Recht und folglich in der Geschichtswissenschaft geht es unter anderem darum, ob eine Urkunde oder ein Aktenstück echt ist. Echt bedeutet, dass der angegebene Aussteller auch der tatsächliche Aussteller ist. Beispielsweise ist eine Urkunde von Kaiser Barbarossa echt, wenn sie tatsächlich von Barbarossa zum angegebenen Zeitpunkt ausgestellt wurde. Falsch ist die Urkunde, wenn Barbarossa sie in Wirklichkeit früher oder später ausgestellt hat oder wenn gar jemand anderes sie ausgestellt hat. Etwa ein Fälscher Jahrhunderte später verfälscht nennt man die Urkunde, wenn nachträglich Änderungen am Text vorgenommen wurden. Eine echte Quelle kann allerdings inhaltlich falsch sein, wenn der in der Quelle beschriebene Sachverhalt nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Dann ist die Quelle falsch als Gegenteil von wahr, nicht als Gegenteil von echt. Weitere Bedeutungen Mit der Echtheit eines Gefühls meint man ein wahres, aufrichtiges, wirkliches Empfinden. In der Mathematik meint man mit der Echtheit eines Bruchs, dass dessen Zähler kleiner als der Nenner ist. Mit der Echtheit bei Stoffen und deren Farben meint man die Beständigkeit, insbesondere die Lichtechtheit. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von echten Farben. Wirklichkeit 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 Vielen Dank.